Der Gag ist, dass es so aussieht, als wenn es gar nichts ausmacht, als wenn es ganz normal daherkommt. Das ist keine Show. Wir wollen ja glaubwürdige Figuren zeigen, die ihr Problem behandeln, die diese Geschichte erzählen. Das Kostüm ist sehr interessant, weil es natürlich darum geht, uns alle so normal wie möglich aussehen zu lassen, also weil wir ja im Heute spielen und dadurch merke ich vor allen Dingen, dass mein Kostüm sehr nah auch an meinem privaten Geschmack ist. West Side Story war immer aktuell, Ausländer werden nicht geduldet, werden ausgegrenzt, du sollst hier nicht sein, das ist unsere Straße, du bist fremd, du bist anders, geh weg, bis hin zum Fight, bis hin zum Mord. Ich spiele die Rosalia. Rosalia ist Puerto Ricanerin und sie möchte, also sie ist jetzt in Amerika, aber sie möchte sehr gerne zurück nach Puerto Rico, weil sie ihr Land so schön findet. Ich komme ja aus Peru ursprünglich und bin seit sieben Jahren hier in Deutschland und ich bin eigentlich nach Deutschland gekommen, um Musical zu studieren und ich konnte schon ein bisschen Deutsch und dann kam ich her, her. Ich spiele die Rolle der Estela, das ist ein puertorikanisches Mädchen des weiblichen Ensembles. Wir sind die sogenannten Shark Girls. Für uns ist es genau das Gegenteil. Wir sind total glücklich, dass wir eigentlich hier in Amerika sind und wollen uns ein ganz neues Leben aufbauen und hier ist einfach alles viel besser als in unserem eigenen Land. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020